Herzlich willkommen am radiologischen Versorgungszentrum in Minden. Wir haben hier einen sehr patientenfreundlichen offenen MRT installiert, den Aperto Lucent Plus. Seit einigen Wochen sind nun Patienten in der Lage, hier untersucht zu werden, die mit sogenannten Tunnelgeräten nicht untersucht werden konnten. Der Patient betritt den Raum und sieht sofort eine sehr patientenfreundliche, weite, große, offene Atmosphäre, sehr freundlich beleuchtet mit einer tollen Strandlandschaft. Das offene MRT bietet hier die Möglichkeit, Diagnostik und Therapie zu vereinen. Wir können hier nach einer getroffenen Diagnose sofort eine Behandlung vornehmen. Der Patient kann beispielsweise, wenn er Rückenschmerzen hat, hier eine exzellente Diagnostik bekommen. Ich weiß sofort, wo sein Schmerz herkommt. Ich kann sofort die Therapie beginnen. Der MRT wird zum Navigationsinstrument der therapeutischen Nadel, Diagnostik und Therapie aus einer Hand. Der Aperto Lucent Plus ist in dieser erstmaligen Ausstattung ein sehr schnelles Gerät. Stichwort hierzu ist das sogenannte Compressed Sensing Verfahren, was erstmals in die Bildgebung von offenen Kernschirmentomografen eingezogen ist. Ich kann hier besonders schnell Bilder erstellen. Ich kann aber auch besonders gute, qualitativ hochwertige Bilder erstellen, so dass Patienten hier an diesem patientenfreundlichen System super schnell untersucht werden können. Mit dem Fujifilm Aperto Lucent Plus haben wir hier ein sehr leistungsstarkes, offenes MRT in einer exzellenten patientenfreundlichen Umgebung, eine sehr leise Untersuchungsmethode. Der beste Aperto, den es jemals gab. Er wird das bauisch auf. Untertitelung des ZDF, 2020